Handelt davon, dass ich nicht mehr Autofahren darf? Das ist okay. Weil ich habe 22 Punkte gesammelt in 12 Jahren. Na ja, gut. Was soll man machen? Dankeschön, ja, danke. Na ja, Applaus, ich weiß. Aber vom Ding ist es so, dass das natürlich Gründe hat. Wir alle kennen die Situation. Wir sind unterwegs. Gott. Deswegen ist das ein Lied für alle Autofahrer. Das geht aus an alle Roller. Ob B&B, Benz oder Rover. An alle Cadillac und Go-Rider, Poser. Und aber die nur mit Golf oder Wofa. Und Zeit alle eins. Wir sind Spritabhängig, nur damit letzten. Bleiben wir pink gebändig. Wir blitzen wir die ständig. Die Mixer, die kennen mich. Doch Tickets verbrenn ich. Pictures, die häng ich direkt an meine Wall of Pay. Ja, ich bin der Schlüssel im Spiel. Digga, der Wall of Game. Dave. Wenn ich dich mit meiner Frau zur Frau mach, denkst du noch dein Leben lang an diesen Schauplatz. Und wenn du nicht aufwachst und irgendwann aufpasst, stehst du noch am Start, während ich im Sieland raufmach und raufmach. Es gibt keine Konkurrenz. Unser Capu und die zwei in ihrem Beats. Ach! Ne Linder und ne Menge Co. 24 Zoll und Holz mit warmen Ton. 35 Liter, die braucht mein Baby schon. Doch was soll's denn das? Sie macht noch eine Version. Jeden Tag muss ich schon irgendwo hin. Und ob sie Orten, die weit verstreut sind. Und darum macht's für mich halt keinen Sinn. Mit was zu fahren, womit ich langsamer bin. Und ohne ne Krache im Leben. Wird ich ein Teil meiner Freiheit abgeben. Nur das Problem ist heute leider nicht. Dass sich die meisten nur mit 30 begeben. Manchmal glauben sie sie ganzen ab. Die können ihr Leben nicht verkraft. Am Morgen wartet ein Job, nimmt sie Hass an. Und von ihrer Mutti irgendwie die Finger lassen. Und darum sitzen sie gerne in ihrem Kasten. Und genießen Zeit die I.O. Nur ich bin lauernd am Autorasten. Und ich bin im Stress. Man bleibt keine Zeit. Acht Zylinder und ne Menge Co. 24 Zoll und Holz mit warmen Ton. 35 Liter, die braucht mein Baby schon. Und was sonst? Denn das ist meine peinliche Religion. Mal im Herzen mein Leben im Verkehr. Ist echt schwer und auf jeden Fall nicht fair. Denn in dem Meer aus dem Pfaden aus Teer herrscht an manchen Tagen ein gewisses Flair. Jeder flucht und der Hass ist spürbar und krass. Man versucht irgendwas um da rauszukommen. Nur das ist nutzlos. Ist man einmal im Stau wieder frustlos. Tach, ich bin zu spät, also fahr man was mit. Na geil, jetzt ist es rot und erst rot, dass er steht. Ah, du Idiot aus dem Weg. Ja, man tobt und man fleht. Und so sehr man noch schreit, man steht seine Zeit. Kann nichts daran ändern, ist zu spät und gerätzt. Und so bleibt einem nicht zu glücklich außer Warten. Das ist der tägliche Hass auf deutschen Straßen. Banzel, Linder und ne Menge Kroh. 24 Zoll und Holz mit warmen Ton. 35 Liter, die brauchen ein wenig Ton. Doch was soll's denn das? Oh nein, weiß ich nicht. Banzel, Linder und ne Menge Kroh. 24 Zoll, Holz mit warmen Ton. 430 Liter, die brauchen ein wenig Ton. Was soll's denn das? Ich war echt nicht besonders. Originell, nur zügig. Manche nennen das halt schnell. In der Nacht wird die Stadt durch mich erhellt. Denn die stehen halt jeder Ecke und wollen Geld. Und wegen all des ganzen Trubels brauchen für Strafzettel echt langsam Dubels. Doch die verdienen gut an, wenn der Rubel rollt. Würde ich das Spanne, dich dem Hude nur aus Gold. Aber das geht nicht. Ich versuch's täglich echt redlich. Doch man versteht mich nicht. Kein Rad dreht sich. Und ich verspät mich ein wenig. Denn hier bewegt sich nichts. Es dauert ewig. Alle stehen oder so ähnlich. Und das Problem an sich ist die unfägliche Angst. Bei dem wirklichen Kampf im Stress geht mir dafür jegliche Toleranz. Also Acht! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR